Willkommen auf meinem Kanal. Heute präsentiere ich euch die 7 besten elektrischen Saftpressen und Zitruspressen auf dem Markt. Perfekt für alle Saftliebhaber da draußen. Abonniert meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Liked das Video und kommentiert eure Meinung darunter. Aktiviert die Glocke, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Lasst uns gemeinsam die Welt des frischen Safts erkunden und die besten elektrischen Saftpressen und Zitruspressen entdecken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Los geht's. Die lebenlangen LB389 eignet sich perfekt für frischen Saft aus Zitrusfrüchten. Mit zwei Drehrichtungen und austauschbaren Kegeln presst sie mühelos Zitronen, Orangen und mehr. Ein Pluspunkt dieser Zitronenpresse ist ihre hohe Saftausbeute durch den leistungsstarken Motor und effiziente Pressmechanismen. Die Edelstahlausführung gewährleistet Langlebigkeit und Robustheit. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Bedienung mit einem intuitiven Einknopfsystem, um die Drehrichtung des Kegels zu steuern. So könnt ihr den Saftfluss kontrollieren und das Beste aus euren Früchten herausholen. Ein negativer Aspekt ist die etwas zeitaufwendige Reinigung, da der Saftkanal und der Kegel schwer zu erreichen sind. Es erfordert Geduld und Sorgfalt, um alle Rückstände gründlich zu entfernen. Der Severin ES3566 ist eine leistungsstarke elektrische Saftpresse mit schickem schwarzen Edelstahldesign. Ideal für die schnelle und effiziente Zubereitung von vitaminreichen Obst- und Gemüsesäften in jeder Küche. Ein großer Vorteil ist die geräuscharme Funktion dieses Entsafters. Im Vergleich zu anderen Modellen arbeitet er erstaunlich leise, was besonders angenehm ist, wenn ihr morgens frischen Saft genießen möchtet, ohne andere zu stören. Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe Saftausbeute durch die optimale Siebtechnologie. So könnt ihr das volle Potenzial eurer Zutaten ausschöpfen und köstliche gesunde Säfte genießen. Ein weiterer Vorteil ist der 500ml Auffangbehälter, der ausreichend Kapazität bietet, um mehrere Portionen Saft auf einmal zu pressen, ohne ständiges Entleeren. Ein negativer Aspekt ist die etwas umständliche Reinigung des Entsafters. Die Demontage und Reinigung der einzelnen Teile kann etwas Zeit und Geduld erfordern, um alle Komponenten gründlich zu reinigen. Die Bestron ACJ 350Z ist eine vielseitige Saftpresse für frische Zitrus- und Orangensäfte. Mit ihrem leistungsstarken 40-Watt-Motor und den beiden Presskegeln extrahiert sie den Saft mühelos in beide Drehrichtungen. Ein Pluspunkt ist die Vielseitigkeit dieser Saftpresse. Mit den beiden Presskegeln könnt ihr sowohl kleine Zitrusfrüchte wie Zitronen und Limetten als auch größere Orangen problemlos auspressen. So könnt ihr eine bereite Auswahl an Säften nach eurem Geschmack genießen. Der Aromadeckel ist ein weiterer Vorteil. Er hält den Saft frisch und bewahrt den bestmöglichen Geschmack, indem er das Austreten unerwünschter Aromen während des Pressvorgangs verhindert. Die 0,7 Liter Füllmenge ermöglicht das Pressen mehrere Gläser Saft auf einmal, ohne ständiges Entleeren des Behälters. Ein möglicher Nachteil ist die Motorleistung. Obwohl sie die meisten Zitrusfrüchte effizient presst, kann es bei größeren und härteren Früchten etwas anstrengend sein. In solchen Fällen ist möglicherweise zusätzlicher Druck erforderlich, um den Saft vollständig zu extrahieren. Die Braun CJ3000 ist eine kompakte und zuverlässige Zitruspresse, die euch beim mühelosen Pressen von frischem Zitronen- und Orangensaft unterstützt. Mit ihrem leistungsstarken 20-Watt-Motor und einer Füllmenge von 0,35 Litern ist sie ideal für den täglichen Gebrauch in der Küche. Ein positiver Aspekt dieser Zitruspresse ist ihre einfache Handhabung. Mit nur einem einzigen Druck auf die Start-Stop-Taste könnt ihr den Pressvorgang starten und den Saft ohne Anstrengung extrahieren. Die intuitive Bedienung macht sie sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer ideal. Ein weiterer Pluspunkt ist die kompakte Größe und das platzsparende Design. Die Zitruspresse nimmt nur wenig Platz auf der Arbeitsfläche ein und lässt sich problemlos in jeder Küche unterbringen. Zudem ist sie leicht zu reinigen, da sowohl der Presskegel als auch der Saftbehälter abnehmbar und spülmaschinenfest sind. Ein möglicher negativer Punkt ist die geringere Leistung im Vergleich zu stärkeren Modellen. Obwohl der 20-Watt-Motor für die meisten Zitrusfrüchte ausreichend ist, kann es bei größeren und härteren Früchten zu einer gewissen Einschränkung kommen. Hierbei kann es erforderlich sein, etwas mehr Druck auszuüben, um den Saft vollständig zu extrahieren. Die WMF Stelio ist eine hochwertige und leistungsstarke Zitruspresse, der euch ermöglicht frischen Saft aus Zitrusfrüchten wie Orangen, Zitronen und Limetten mühelos zuzubereiten. Mit ihrem robusten 85-Watt-Motor und dem eleganten Design aus mattem Edelstahl ist sie nicht nur funktional, sondern auch ein Blickfang in jeder Küche. Ein positiver Aspekt dieser Saftpresse ist die hohe Leistungsfähigkeit. Der starke Motor ermöglicht eine effiziente Saftextraktion und sorgt dafür, dass ihr den vollen Geschmack und die Nährstoffe eurer Zitrusfrüchte genießen könnt. Mit den zwei Presskegeln könnt ihr sowohl kleine als auch große Früchte problemlos auspressen. Der Tropfstopp ist ein weiterer Vorteil dieses Produkts. Er verhindert das Nachlaufen von Saft und sorgt dafür, dass eure Arbeitsfläche sauber bleibt. Das ist besonders praktisch, wenn ihr mehrere Früchte auf einmal pressen möchtet. Der Siebeinsatz ist ein weiteres positives Merkmal. Er sorgt dafür, dass das Fruchtfleisch und die Kerne beim Pressen zurückgehalten werden und nur der reine Saft in eurem Glas landet. Ein möglicher negativer Punkt ist der höhere Preis im Vergleich zu anderen Zitruspressen auf dem Markt. Die WMF Stelio gehört zu den hochwertigen Modellen und spiegelt sich in ihrem Preis wieder. Allerdings bekommt ihr dafür auch eine erstklassige Qualität und eine langlebige Zitruspresse. Die Lebenlang LBC 388 ist eine leistungsstarke und effiziente elektrische Zitruspresse, die euch ermöglicht, frischen Saft mit maximaler Ausbeute zu pressen. Mit ihrem starken 600 Watt Motor und dem Edelstahlkegel ist sie ideal für die Zubereitung von Orangen, Zitronen und anderen Zitrusfrüchten-Säften geeignet. Ein positiver Aspekt dieser Saftpresse ist ihre hohe Saftausbeute. Der kraftvolle Motor und der Edelstahlkegel gewährleisten eine gründliche Extraktion des Safts aus den Früchten, sodass ihr den vollen Geschmack und die Nährstoffe genießen könnt. Ein weiterer Pluspunkt ist die Benutzerfreundlichkeit. Die elektrische Saftpresse ist mit einem praktischen Hebel ausgestattet, der einen einfachen und mühelosen Pressvorgang ermöglicht. Ihr könnt den Hebel herunterdrücken, um den Saft zu extrahieren und ihn dann wieder hochklappen, um den Pressvorgang zu beenden. Die hochwertige Verarbeitung und das ansprechende Design aus Edelstahl sind ebenfalls positive Merkmale dieser Saftpresse. Sie fügt sich nicht nur optisch gut in jede Küche ein, sondern ist auch langlebig und robust. Ein möglicher negativer Punkt ist das etwas höhere Gewicht der Saftpresse aufgrund des leistungsstarken Motors und der hochwertigen Materialien. Dies kann den Transport und die Aufbewahrung etwas umständlicher machen, insbesondere wenn ihr sie häufig bewegen möchtet. Die Bosch MCP 3500N ist eine vielseitige und effiziente Zitruspresse, die es euch ermöglicht, frischen Saft aus verschiedenen Zitrusfrüchten zu pressen. Mit ihrem Universalpresskegel könnt ihr sowohl kleine als auch große Früchte problemlos auspressen und von einer hohen Saftausbeute profitieren. Ein positiver Aspekt dieser Zitruspresse ist die Fruchtfleischregulierung. Mit einem einfachen Drehregler könnt ihr die gewünschte Menge an Fruchtfleisch im Saft einstellen und somit euren persönlichen Geschmack präzise anpassen. Die hohe Saftausbeute ist ein weiterer Pluspunkt dieses Produkts. Der leistungsstarke Motor und der effektive Presskegel gewährleisten eine gründliche Extraktion des Safts, sodass ihr das Maximum an Geschmack und Nährstoffen aus den Früchten herausholen könnt. Der 0,8 Liter Saftbehälter bietet ausreichend Kapazität, um mehrere Gläser Saft auf einmal zu pressen, ohne dass ihr den Behälter zwischendurch entleeren müsst. Das ist besonders praktisch, wenn ihr größere Mengen an Saft benötigt. Ein möglicher negativer Punkt ist die Leistung des 25 Watt Motors. Obwohl er für die meisten Zitrusfrüchte ausreichend ist, kann es bei größeren und härteren Früchten zu einer gewissen Einschränkung kommen. Hierbei kann es erforderlich sein, etwas mehr Druck auszuüben, um den Saft vollständig zu extrahieren. Vielen Dank, dass ihr euch mein Video über die 7 besten elektrischen Saftpressen und Zitruspressen angesehen habt. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Empfehlungen und Informationen weiterhelfen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Videos zu verpassen, in denen ich weitere interessante Produkte vorstelle. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und einen Kommentar von euch freuen. Teilt auch gerne eure eigenen Erfahrungen mit elektrischen Saftpressen in den Kommentaren. Aktiviert außerdem die Glocke, um über neue Videos benachrichtigt zu werden. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.